hallo zusammen und willkommen zurück hier wieder beim cooking simulator ja und wir haben jetzt hier noch vier minuten noch was seit ich habe nämlich was gelernt wie ich sachen repariere und zwar müssen wir hier einfach unser telefon nehmen und zum ofen gehen und dann sagt er mir hier guck mal 73 prozent es dauert 23 sekunden die reparatur machen doch und dann können wir nämlich auch denke ich mal den ofen reparieren hier die tür wieder anbekommen sehr gut das ist schon mal wichtig wie das können wir das ding ja auch das können wir nicht reparieren lassen so weg hier macht schon irgendwie kling klong der ofen ist wieder heil und hier sieht das ding auch wieder gut aus guck mal jetzt haben wir wieder funktionierende geschichten hier dann lass uns loslegen gucken wir mal was heute auf uns zukommt eine gebackene forelle die kennen wir doch das ist ganz einfach wir nehmen einen fisch nehmen ich glaube fünf gramm waren das genau fünf gramm hier davon und wir brauchen schwarzen pfeffer den haben wir hier drüben die tür zu machen habe ich schon wieder vergessen so fünf gramm backblech drauf 90 sekunden wir holen eine zitrone viertel die und dann sind wir schon fast durch so wir brauchen dazu ein messer so perfekt und dann genau wir brauchen dann noch petersilie nachher und dem mehretich brauchen war das sonnenblumenöl stellen wir hier ans ecken so wir warten wir warten jetzt die 40 sekunden wir können aber hier mal das fett austauschen auch guck mal da liegt noch was drin ja machen wir das auch mal wo sieht gut aus so 15 sekunden noch das sah nur irgendwie komisch aus aber passt so gucken wir mal ja die forelle ist perfekt 5 gramm mehretich mehretich dann kommt das jetzt hier da drauf die zitronen rocken leipzig losliegen und 6 gramm petersilie fertig es sind nummer eins haben wir erledigt volle punktzahl gut was gibt es jetzt komm oh der deutsche kartoffelsalat den haben wir noch nie gemacht das wird interessant ein liter wasser 20 gramm salz und kartoffeln ein liter wasser ein liter wasser 20 gramm salz und zwei kartoffeln zwei kartoffeln zwei kartoffeln zwei kartoffeln zwei kartoffeln so jetzt wie war denn das weiter 120 sekunden lang kochen 120 sekunden kochen machen wir zwei minuten und und schneiden in einem topf hinzufügen 500 milliliter bouillon flüssigkeit bouillon langsamer wiesen ne gut so 20 milliliter weißer essig haben wir glaube ich noch nicht weißer essig 10 gramm salz 10 gramm weißer pfeffer ui weißer pfeffer haben wir noch nicht gehabt dann müssen wir das kaufen weißer pfeffer weißer pfeffer haben wir hier nicht dann müssen wir das kaufen weißer pfeffer das wird schon wieder eng werden von der zeit die kartoffeln sind schon fertig ja ja gut machen wir die erstmal aus wir machen erstmal weiter weißer pfeffer 10 gramm zucker senf und zwiebel äh zucker zucker waren auch 10 gramm glaube ich 10 gramm zucker 10 gramm zucker 10 gramm zucker senf hatten wir auch noch nicht meine Güter wir brauchen hier sachen das ist ja das war zu viel und wenn da steht zwiebel dann nehmen wir einfach eine zwiebel keine ahnung 60 sekunden lang kochen ablassen was auch immer ablassen ist gut aber auf jeden fall 60 sekunden lang kochen und dann müssen wir jetzt die kartoffeln schneiden ähm dann so Mal gucken ob das was wird, ich hoff mal, na gut das sieht gut aus, so wie war das jetzt weiter hier, die Kartoffeln in eine Auflauf schneiden, Zwiebel in Würfel, oh ja, 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 was wird hier gegossen, die Ketchupflasche, das ist nicht gut, ja hier müssen wir ausmachen, Auflaufform, 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 ist das eine Auflaufform, ja, so die Kartoffeln erstmal in die Auflaufform, Zwiebel in Würfel schneiden, wie auch immer ich Würfel geschnitten bekomme, ähm, schneiden, bleibst du liegen, so und jetzt drehen wir das mal so rum, na, ich hab keine Ahnung ob das was wird, gut lassen wir das mal so rum, so irgendwie war das, die Zwiebeln auch in die Auflaufform geben, äh, nein, wieder rein, ich will die Auflaufform haben, so, ablassen, alles in die Auflaufform, ich hab keine Ahnung was ablassen, ach, ablassen ist das vielleicht mit einem Sieb irgendwie, na egal, ich kipp das jetzt so da rein, ich hab keine Ahnung wie viel wir da brauchen, äh, ja, die nächste Bestellung, schon wunderbar, ähm, wie war das jetzt nochmal hier, mit Sonnenblumenöl beträufeln, 20 Milliliter, und das sind 19 und 8 Gramm Schnittlauch, ach, das sieht irgendwie nicht wirklich lecker aus, muss ich sagen, aber, oh, mal gucken, 1, 2, 3, 4 mal Schnittlauch und dann hoffen wir mal, dass das, äh, den Leuten schmeckt, das ist der deutsche Kartoffelsalat, naja, naja, da müssen wir glaube ich mal gucken, wo wir da Fehler hatten, weißer Pfeffer nicht genug, nicht genug Zucker, nicht genug Senf und die Zwiebel ist zu kalt, gut, äh, egal, wir müssen weitermachen, eine Tomatensuppe, yo, äh, oh, und schon das nächste, hallo, was ist denn heute los hier, äh, Tomatensuppe, das war, äh, wie war das, Hühnerbouillon 700, 700, ich glaube, das wird heute ein schlechter Tag werden, so, 700, ähm, 12 Salz, 12 schwarzer Pfeffer, nein, nicht Antymia, den Pfeffer, 12 davon, 12 mal Salz und 6 mal Cayenne, und 6 mal Cayenne, das haben wir, ähm, dann kommen noch Zwiebel und, äh, Tomate, das waren 8 mal Tomate, 4, 6, 8, und eine Zwiebel, ähm, waren das jetzt 60 Sekunden, glaube ich ja, ne, 60 Sekunden, dann mischen, dann kommt die saure Sahne und tiefen Teller, das machen wir hier, saure Sahne haben wir keine mehr, ach, ne, haben wir hier auch nicht, kaufen wir gleich mal, so, was haben wir denn jetzt als nächstes, Lachssteak, oh, jaja, jaja, einmal, Lachsfile, äh, Lachsfile, 5 Gramm Salz, 5 Gramm schwarzer Pfeffer, Tür zu Schwarzer Pfeffer Jetzt müssen wir das Ganze einmal kurz durchmixen So, dann kommt die saure Sahne 150 Milliliter rein Gut, das muss reichen und dann lassen wir dies soweit kochen Ach, Scheiße, ich habe den Ofen gar nicht angemacht Oh, nee, gut, das wird jetzt gar nichts werden Oh, Mann Topf mit Wasser brauchen wir für Kartoffeln Nein, nein An den Wasserhahn Gut Gut, die Tomatensuppe wird schon mal nix Das können wir sagen 20 Gramm Salz Äh, Salz, Salz 20 Gramm Salz 20 Gramm Salz 2 Kartoffeln 2 Kartoffeln Äh, Kartoffeln Nein, nein, keine Zitrone Oh, Mann Gut, die Zitrone müssen wir gleich wieder rausholen Da, das wird sonst nix Äh, Zitrone, komm Meck damit Die müssten wir, glaube ich, 2 Minuten So, diesmal machen wir den Ofen aber auch an Ja, das wird warm da Äh, 120 Sekunden, genau Äh, das Lachsfilet zu einer Pfanne Zu einer Pfanne Geben wir Sonnenblumenöl 10 Milliliter Das Ding hier rein So, und dann brutzeln wir das auf beiden Seiten Äh, wie war das dann weiter Ja, dann nur noch auf den Teller gehen und servieren So, was macht die Suppe Die ist fertig Naja, soweit man das fertig nennen kann Äh, 104 So, bisschen zu viel Aber wird schon passen So Die wird jetzt katastrophal sein Ne, wobei Trotzdem, dass wir nicht richtig gekocht haben Äh, gut Was ist? Nicht genug Tomate Nicht genug Zwiebel Falsche Menge Ja, egal Ähm, weiter geht's Äh, wir müssen hier das Ding wenden Denk ich mal Ne, noch nicht ganz Und wir haben schon wieder die nächste Bestellung Äh, Jungs Ihr macht mich fertig Das kann doch so nicht weiter gehen So, äh, Lachsfilet nehmen Und Einmal drehen So, dann kann das da weitermachen Ähm, ja Die Kartoffeln sind fast fertig Das heißt da Ja Kartoffeln machen wir aus Und dann können wir in der Zwischenzeit Äh, was haben wir jetzt als nächstes Lachs mit Spargel Lachsfilet Ja, schon wieder So Ähm 5 Gramm Pfeffer 5 Gramm Salz Ja, beeil dich Ja, beeil dich, beeil dich Immer mit der Ruhe So, äh, das ist fertig Da müssen wir mal ausmachen So, ähm Teller 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 Lachsfilet Lachsfilet Die Kartoffeln Und weg damit Äh, Lachsfilet Ja Ja, sehr gut Äh, komm Ich muss weitermachen Ich muss weitermachen So, ähm Wir brauchen, denke ich mal Für den, äh Spargel Brauchen wir wieder frisches Wasser Machen wir mal ganz prophylaktisch Ich weiß es nämlich nicht Ob es wirklich so ist So, die Pfanne müssen wir einmal Saub Ups Äh, das wollte ich jetzt aber nicht Ha, ich brauche nur noch eine Pfanne Hilfe Utensilien Pfanne Eine einfache Pfanne So, äh Die stellen wir erstmal hier Hin So, jetzt müssen wir erstmal überlegen Äh, 20 Gramm Salz Und 80 Gramm Spargel 20 Gramm Salz So, jetzt kommt wieder das Problem mit dem Spargel kaufen Das wird den nicht hier drin haben Warum auch immer Das heißt Produkte Spargel kaufen Fallen lassen Kaufen Fallen lassen So, ist zwar jetzt nicht so die hygienischste Art und Weise Aber anders kriege ich es nicht hin So, da haben wir 80 Gramm Spargel Wie lange muss der gekocht werden? 100 Sekunden Gut, und hier ist dann wieder Ach ne, das muss jetzt, äh Das Lachsfilet geht auf die Grillplatte 60 Sekunden auf jeder Seite Also 2 Minuten An Der Spargel machen wir auch an Wir holen einen Diesmal nehmen wir mal einen quadratischen Teller So, genau Da muss ja nur noch Zitronensaft drauf Und dann war es das Ähm So Und hier sieht das aus Hier sieht das aus Lass uns da mal Schon mal so ein bisschen hier oben sauber machen Ja, das Lachsfilet wird Ich hoffe mal, dass jetzt nicht noch ein Gericht kommt Weil dann, äh Wird ich Wird langsam zu viel hier So Das Lachsfilet Zack Boah, ich krieg das nicht hin Mann Ja gut Geht einigermaßen So Das legen wir da hin Was macht der Spargel? Der ist Ach, das sind nur 64 Kann ich hab einen zu wenig Ja gut, egal Um jetzt noch einen nachzuholen Ist es zu spät Dann gibt's halt einen negativen Touch Kann ich dann auch nicht ändern Muss das irgendwie garniert werden Noch Nee Einfach nur auf den Teller Und heiß servieren Gut Ja ja Ja-jajajaja Ja-ja-ja-ja-ja? Ich hab' den schon ausgemacht Ja, beeil' dich Ich weiß Joa-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja den spargel gerade noch rechtzeitig es war klar zu viel salz und hitzefehler ja das war die letzte bestimmung was eigentlich so dann können wir aufräumen sauber machen alles so der kommt hier hin das war heute wieder ein stressiger tag das kann man nicht anders sagen so das tun wir dahin den stellen wir auch mal wieder ordentlich auf hängen die sachen bleiben ja bleibt doch stehen hier ist wieder ein gehub das gibt es ja gar nicht die pfanne hier ran das backblech kommt hier hin mal so ein bisschen ordnung machen hier dass das alles mal wieder ist hier müssen wir putzen hier dann brauchen wir noch den boden kommst du her wir haben da irgendwie was verschüttet so jetzt ist hier auch wieder sauber perfekt so dann würde ich sagen es ist alles fertig wir können die reinigungsphase überspringen und den tag abschließen fünf bestellungen vier dollars gewinn gemacht heute so und wie sieht es hier aus stufe sieben ja es geht voran wähle eine fähigkeit aus erfahrungsboost hört sich gut an nehmen war und ein rezept können wir wählen was haben wir denn hier schöne spagetti knoblauch öl und pfeffer ja entenbrust haben wir gut damit sind wir dann für den heutigen tag fertig morgen oder demnächst geht es halt wieder weiter ich würde mich freuen wenn er wieder reinschaltet also macht's gut und tschüss ja 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 ja